der vier fünftel vom julian startet jetzt hier zum zweitflug was hast du für eine schraube drauf an einem was für motor hk 40 15 1400 kv an 6s so den sehen wir jetzt jetzt hier richtig zur sache der pilot ist eingeflogen der ist warm geflogen der beherrscht seine maschine und zeigt er uns jetzt der wind hat nachgelassen sieht gut aus sonne von hinten beste voraussetzungen und los so macht hin gibt mal langsam gas er zieht so viel strom am anfang so aber jetzt und drauf bleiben anstechen drauf bleiben wahnsinn so 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 so